es gibt fünf stück ich weiß dass einer von denen auch richtig bösartig ist wenn ich wieder zurückgehen muss da weiß ich jetzt da bist du das hüpfel von dem kompost richtig geil Und so. Ja, ich mach das jetzt nur, der Erfahrungspunkt und alles Mögliche. Ich hab alles. Warte mal. Kommando Matrix. TL. Laden und Taktleiste beteiligt. Also Laden und heißt L, T heißt T. Okay, für die Leute, die sich dafür interessieren. Eisklingel. Laden. Hab's bekommen. Jetzt ein... Also... Ach, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Warte, was für Fähigkeiten hat der jetzt bekommen? Aero-Konter. Okay. Yay. Oha, der will mich jetzt töten. Ach komm. Ähm... Es gibt noch einen schlimmeren Gegner hier. Ja, Leute, es gibt noch einen schlimmeren. Aber den lasse ich jetzt. Ne. Den will ich jetzt nicht herausfordern. Den will ich nicht herausfordern. Dann hab ich ja nicht angefangen. Das ist mir, würde ich mal sagen. Ähm... Ähm... Ja. Die Feuerwehr, das ist eine Spezialentackel. Wieder hab ich schon, also... Brauch ich das nicht mehr so sehr. Na, jetzt auf einmal krieg ich das für den Hasen. Kampfmusik weg. Bitte weg. Danke. Status Matrix. Ähm... Attacke. Magie. Ich will nicht so viele Nuller bei mir sehen. Die hasse ich irgendwie so sehr. Ach, Herr LR-Debugger habe ich auch bekommen. Hab ich total vergessen. Die 10-0-Chips. Steh auf, Männchen gelernt. Okay. Geht klar. Warte, wie braucht man Schlüsselschwert eigentlich noch? Na, dauert noch etwas. Und komm, ihr Gegner. Dann werde ich die jetzt alle töten. So, so. So, so. Sehen wir uns gleich. Nachdem ich alle Gegner hier getötet habe, waren wir mal die Leiste. Treib hier nicht die Wand an. Okay, erledigt. Okay, erledigt. verdammt 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 das habe ich jetzt zurückkommen aber wie viel habe ich jetzt damit zu bekommen und dauert noch etwas okay jetzt kommt das schnur sicher weil ich schon wenn ich schon mal dabei mit noch ein taschen ja richtig war ziemlich zum prozess dran und wieder erinnerung prozess halten habe ich es nicht alle fast alle das ist eigentlich schon aufgemacht wenn ich habe das jetzt gemacht ich habe mich nicht gesehen weil er zur seite geguckt hat wir müssen jetzt kurz zu den karten soldat aber erst mal die ganzen gegner hier töten wegen dem der will manchmal sind die genau hinter der hecke ich weiß auch nicht wie man die jetzt dann treffen soll okay ja komm weil dich Das brennt, okay. Wie lang ist das, wenn die Musik geht? Heckenlabyrinth, Heckenlabyrinth. Lecker, Thorsten. Manchmal denke ich echt nur, was the fuck. Irgendwas habe ich vergewirkt, nur was. Dass ich mich sofort erlauben, was wage ich nur zu behaupten. Dabei habe ich geschuft, dass ich zum Umfang. Was ich vielleicht vergessen habe? Rote Hosen? Nein, das ist... Ich glaube, ich habe eigentlich das falsch gepflanzt. Oder also weiße Rosen. Ja, red nicht so viel. Ach, verdammt! Das passiert, wenn ich in Hektik bin. Ja, du hast geschuftet. Weiße Rosen. Aber natürlich, statt rote habe ich weiße Rosen geplant. Du hast nicht zufällig rote Farbe bei dir. Herzköniginhalten. Jetzt habe ich alles. Gib alles ihrer Erinnerung zurück. Würde ich ja, wenn der hier schneller gehen würde. Ach, du bist zu langsam. Jetzt geht die. Warte, gehen wir erstmal speichern. Speichern. Ach, dieser Boss hier in diesem Level war auch irgendwie heftig. Weil... Ach, der werde ich ja sowieso sehen. Ich mochte noch den Boss. Obwohl er ein bisschen schwer war. Kannst du mir mal in die Technik auf die Sprünge halten? Äh, ich warte. Ach... Setze dich auf den Neukord. Der Gebiet ist auf. So drücke ich immer so schnell. Komm. Aber sicher. Was hast du los? Wunder an, oder? Ich war auf einer weiten Wiese, glaube ich. Und dann sage ich jemandem, der nicht folgte. Heißes Klinchen? Richtig. Ich habe weiße Klinchen verfolgt. Ich bin nicht eilig zu haben. Ich wollte ihm in der Tore in der etwas... Äh... Wer zum Loch? Ja, stimmt. Dann setzt er noch an. Kein Ausdruck. Wie habe ich dann gelandet? Dann bin ich dann hier gelandet. Dann habe ich jemanden nach dem Wehrheimweg gefragt. Tierknauf? Herr Knauf? Dann habe ich jemanden nach dem Heimweg gefragt. Kartensoldat? Das war es nicht. Nicht die Hasslosen, oder? Okay, ich dachte schon. Verrückten Liebmacher? Wie nass du noch den... Ah... Das sind die Königin. Tigerkatze? Richtig, die hat mir fest eine komische Katze. Das hat niemanden geschickt. Sie hat mich zum Tribunal von jemandem geschickt. Äh... Herzkönigin? Stimmt, das Gebäude hätte genug was. Da habe ich noch auch das Schlüsselloch gesehen. Was meinste, sollen wir es uns anschauen? Oder fehlen wir vielleicht noch weitere Erinnerungen? Ich hätte noch etwas. Als sie beim Tribunal war, wurde ich festgenommen. Nur von wem? Kartsoldaten? Ja, das hatten sie vielleicht schlechte Karten. Irgendwas hat mir dann... Irgendwas hat man mir dann gemacht. Ein Prozess? Stimmt, einen Prozess wollten man mir machen. Aber ich konnte erst einen günstigen Moment fliegen. Außerdem... Ähm... Geburtstag? Ja, genau. Für jemanden Geburtstag zu gefeiern, der eigentlich keinen hatte. Ist wirklich verrückt. Da war aber noch etwas. Ja, richtig. Ich traf jemanden, der ständig schlägt. Ähm... Tierknauf. Ja, als der Tierknauf mich angesprochen hat, bin ich fast ungefähr ein Verschritt. Danke, ich glaube, jetzt ändere ich mich wieder an alles. Da habe ich mich auf meiner Reise gefunden. Da kannst du das behalten. Das kriegt man, wenn man das alles komplett macht. Man kann auch einfach zuvor zum Boss gehen. Also dann brechen wir auf. Aber im nächsten... Part. Oder... Wartet. Bis gleich. Okay, wir... Ich hab noch vier Minuten. Wir haben hier etwas zu erledigen. Lass uns passieren. Das kann ich nicht. Die Königin selbst hat es verboten. Und eben... Äh... Und eben jene Königin hat uns gerufen lassen. Sie wird nicht gerade erfreut sein, wenn sie hört, dass du uns abgewichen hast. Wie bitte, die Königin? In der Tat, sie soll ja nicht gerade sehr nachsichtig sein zu befehlen. Die Königin hat dich gerufen lassen, alles? Hihi, hast du es wirklich geglaubt? Los, gehen wir. Hast du eine kleine Liebnerin? Digga-Katze? Nein. Die Wahrheit gibt dir den Satz des Schlüssellobs. Zusammen mit wahren Erinnerungen. Ich mich... Erinnert mich irgendwie der Satz an Shannon Memories? Was habt ihr bei... Was habt ihr zwei hier verloren? Wir suchen bloß etwas, dauert auch nicht lange. Jetzt aber langsam, meine Kleine. Nicht nur... Nicht nur dringst du unerlaubt in mein fremde gemitteln Werken ein, sondern du führst dich gleich noch viel zu Hause auf. Du warst für ein unverschämtes Mädchen. Entschuldigt bitte, die Sache eilt nur sehr. Sehr verdächtig, sehr verdächtig. Also gut. Euch wird jetzt der Prozess gemacht. Was? So wartet doch, wir haben nichts getan. Unwissenheit vorschützen nützt euch gar nichts. Euer Vergehen liegt auf der Hand. Ihr habt meine Erinnerung gestohlen. Damit haben wir rein gar nichts zu tun. Das liegt alles ordentlich im Back. Äh... Ihr wisst also davon, ihr seid zweifellos schuldig. Wie bitte? Wo sind die Beweise? Die Beweislage ist eindeutig. Ich habe euch für schuldig befunden. Völlig absurd. Macht sich einen Kopf kürzer. Wir müssen fliegen, Sora. Alice, das Schlüsselloch. Erinnerst du dich noch, wo es etwas war? Dort drüben, in den Folie-Klifik. Alles klar. Was hast du vor, Sora? Ich muss zu diesem Schlüsselloch. Und jetzt könnte meine einzige Chance sein. Keine Sorge, bring dich lieber in Sicherheit. Aber... Mir passiert schon nichts. Ist gut, aber lass dich nicht von ihnen fangen. Okay, das schaffe ich noch in diesen 2 Minuten. Es gibt kein Entkommen. Was? Ähm... Fachen... Ja, ist klar. It's magic, ne? Ich bin floristen für sie vollkawatt worthy profits. Hier auch empire ca. Ja, dafür ist kleiner als Moses glied. Aber, wenn du oder so gewissst. drip das ist, dann nur die verbreiten. Ach, es gibt noch 4 Minuten. Aber jetzt leider kein durchs Ape rempl ficou. schafft jetzt sollte ich an das schluss und koppel noch kommen auf geht's ja im nächsten part ok auf geht's lasst ihn nicht entwischen zu befehl eurer hoheit und was mit dem schlüsselschwert passiert okay jetzt kommt was heftiges als erstes als ich das mal gemacht habe dachte man kann da sehr oft sterben bei diesen level was ist das für ein abgefahrener ort so ist alles in ordnung bei dir bist du das ja ich bin okay war nur etwas überrascht die quelle der anomalien ist irgendwo hier nicht ganz genau dringend vor sich weiter vor habe übrigens eine gute nachricht für dich auf der schlüsselschwert wurde eine neue macht übertragen sie wird dir helfen den wach hier zu beseitigen verstanden ich mach das schon ab hier bewegt so automatisch weiter fällst den backlöcher oder schluss gegen blöcke erledigt sein vorsichtig diesen abschnitt kannst du auch springen in dem du okay hatte er freut man schuss ab und erfreut das schluss und durchgehend wenn du den teilen kannst du gleichzeitig bis zum 50 gegen starke gellische herrn kannst du ja so wie sieht man das an sie kommen grün zipp lagen kann sowieso nicht ich wollte das eigentlich jetzt gerade diesen punkter bekommen Also zerstört einfach alles, was euch in die Ferne kommt Aber nicht in diese Löcher fallen Und, vergleichen es hier, oder? Jackpot Ich weiß, bisher sieht es simpel aus, aber es wird noch heftig Man sieht euch jetzt den großen Kerl hier an Und nein, es ist nicht der Es ist eher dieser Boss Ja, deswegen mag ich diesen Boss allgemein nicht Ich muss erst mit der Okay, mit der Steuerung hier Was geht eigentlich? Es wird noch schlimmer, keine Sorge Es war gerade etwas dämlich Ja, es war Nicht etwa